Union Berlin muss gegen die Wundertüte, wie es Walter gesagt hat, Gladbach ran. Und wir sprechen jetzt mit einem, der 2019 schon dabei war, als Union Berlin feiern durfte. Über den Aufstieg in die Bundesliga. Und jetzt feiern sie eventuell am Ende der Saison genauso oder noch mehr, wenn sie denn Meister werden sollten in der Bundesliga. Und einer, der an dieser Erfolgsserie seit den letzten Jahren wirklich großen Anteil hat, ist Oliver Runert, der Manager der Unioner. Und der ist uns jetzt live zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Lage der Liga, Herr Runert, auch an Sie. Hallo, schönen guten Morgen. Können Sie diesen Blick auf die Tabelle nach gestern überhaupt noch verkraften? Können Sie damit noch umgehen, wenn Sie die Bundesliga-Tabelle sehen und Union steht nicht auf Platz 1? Ja, ist sehr, sehr schwierig für uns natürlich. Das sind wir überhaupt nicht gewohnt, und dass wir plötzlich in die Wellen und Unionen auftauchen, die wir eigentlich nicht so mögen. Ich war an einem. Also, ja, ich konnte trotzdem relativ gut schlafen, muss ich ganz klar sagen. Und wie gesagt, also von daher, es ist für uns nach wie vor eine wunderbare Aufnahme der Tabelle, wie sie augenblicklich ist. Gott sei Dank, Sie sehen auch ausgeschlafen aus. Schauen Sie inzwischen aber zuerst dennoch auf die Ergebnisse der Bayern und der Dortmunder, bevor Sie eventuell auf andere Teams gucken. Nee, das tun wir nicht. Wir schauen einfach auf die Möglichkeiten, die wir selbst haben und auf uns. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und der Trainer hat es ein paar Mal schon betont. Und das ist auch im Grunde das, was richtig ist. Wir bewerten die Tabelle anhand der Punktzahl. Und die Punktzahl ist für uns das Relevante und weniger der Tabellenplatz, der vorne steht. Es gibt ja ein Team in der Premier League, das sich Lester nennt, das mal die Sensation schlechthin geschafft hat und die Premier League gewann vor ein paar Jahren. Ist Union Berlin dieses Jahr wie Lester? Das ist schon eine etwas andere Situation noch mal damals gewesen in Lester. Aber natürlich ist es auch ein sehr, sehr kleiner Klub gewesen, der dort für Furore gesorgt hat. Nichtsdestotrotz, ich finde, das ist völlig legitim und es ist auch gut, gerade für den Fußball, dass Menschen einfach so ein Vorbild haben, dass es so eine Lester-Geschichte noch mal gab, was im modernen Fußball heute eigentlich, ich sag mal, in den großen Nationen und in den großen Fußballnationen eigentlich gar nicht mehr möglich erscheint. Und in Lester war es damals noch mal so der Fall, beziehungsweise in England in dem Fall. Und ja, Menschen sollen träumen, sollen auch darüber diskutieren. Das macht ja den Fußball so spannend und das ist ja das Schöne dabei. Trotzdem glaube ich, dass auch jeder realistisch genug ist zu wissen, dass so ein Lester wahrscheinlich einmal in 100 Jahren wohl vorkommt, in dieser Neuzeit der Fußball-Top-League. Na ja gut, Herr Wundert, Lester war in England einmal in 100 Jahren, sagen Sie. Vielleicht ist ja dieses Jahr einmal in 100 Jahren, was die Bundesliga angeht. Wir versuchen Ihnen ein bisschen auf die Spur zu kommen. Sie sind ja der Transfermeister ohnehin der Bundesliga. Wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie seit 2018 95 Spieler geholt und auch 95 Spieler abgegeben. Wie schaffen Sie das mit einem relativ geringen Budget, dann doch immer fast immer die richtigen Spieler zu holen? Wie zum Beispiel jetzt auch Torjäger Becker. Also am Ende habe ich es nicht gezählt, um ehrlich zu sein. Da sind Sie dann besser informiert als ich. Für mich ist es ja immer wieder eine Aufgabe oder für uns ist es immer wieder eine Aufgabe, zu bewerten, wie ist unser Kader im nächsten Jahr. Und es ist ja auch immer wichtig zu betonen, wir sind ja nicht immer die, die diese Transfers unbedingt machen wollen. Es gibt ja auch Wünsche der Spieler, das darf man halt nicht vergessen. Und am Ende ist die Planung jetzt schon die, wie kann unser Team im Endeffekt im Grunde genommen in der nächsten Saison, wie könnte, ich muss es im Konjunktiv sagen, aussehen. Und ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, wir müssen irgendwo einen vernünftigen Mix hinbekommen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und müssen dafür gute Charaktere finden. Und ich glaube, das ist das, was wir hier versuchen zu machen, damit dann am Ende auch möglichst frühzeitig ein Kader steht, mit dem unsere Trainer und unser Trainer arbeiten können. Wenn Sie mit so bescheidenen Mitteln so viel erreichen, wie gut wären Sie eigentlich als Manager vom FC Bayern mit einem größeren Festgeldkonto? Die Frage hatte ich jetzt, ich hatte es fast schon wieder gedacht, als ich angefangen bin, Herr Straten zu formulieren, dass die Frage kam, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass der FC Bayern München seit Jahren sehr, sehr erfolgreich ist. Von daher, auch wenn es da immer natürlich auch einen Fokus gibt, der nochmal anders ist als der auf dem 1. FC Union Berlin, ist da wohl auch nicht so viel falsch gemacht worden. Und von daher, ich glaube, dass man sich mit dem, was man macht, arrangieren muss. Und das ist bei Bayern München mit den Mitteln, die dort zur Verfügung stehen, nicht anders als, ich sage mal, bei 1. FC Union Berlin, als beim VfL Bochum, bestmöglich mit den Möglichkeiten, die man hat. Und von daher, ich habe immer gesagt, ich habe nie irgendwelche Dinge in meinem Leben großartig ausgeschlossen, sondern immer gemacht. Und das ist immer die Situation, in der man ist, mit der muss man sich arrangieren und dann gute Lösungen finden. Oder sind die vielen Transfers eine Antwort auf die Konstanz in der Trainerfrage? Urs Fischer ist ja nun schon auch länger dabei. Und man sagt ja, entweder muss man mal die Mannschaft auswechseln oder den Trainer im Laufe der Jahre. Und sie wechseln ja häufiger das Spielerpersonal aus. Ist das quasi die Antwort auf Urs Fischer? Ja, kann man kurz beantworten. Ist definitiv so. Wenn du eine große Kontinuität im Klub hast, wie wir sie haben, muss man immer wieder dafür auch sorgen, dass bestimmte Dinge wie eben das Erlebnis alte Försterei, wie eben auch, ich sage mal, sich behaupten müssen für die Platzhirsche, immer wieder halt auch eine Herausforderung darstellt. Und dass diese Liga, dieses Umfeld 1. FC Union Berlin, was sicherlich speziell ist in dieser Bundesliga, eben auch immer wieder diesen Leben eingehaucht bekommt. Und wenn das nicht, ich sage mal, über andere Personalien im Klub passiert, muss man auch immer wieder versuchen, häufig jetzt immer wieder gebraucht, aber muss man halt versuchen, auch das externe beizuführen, finde ich schon. Speziell, Herr Runert, wäre ja auch, wenn man Unionsspieler bei der WM im Kader von Hansi Flick sehen würde in Katar, die ja jetzt in knapp drei Wochen startet. Wen werden wir denn da von Union im Kader der deutschen Nationalmannschaft sehen? Das weiß ich nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung, die treffen nicht wir. Hansi Flick soll er auch treffen. Ich finde nur eins ganz interessant. Und mir hat ein Kollege von Ihnen vor einiger Zeit mal gesagt, dass der ehemalige Bundestrager Juli Löw ihm gesagt hat, Mensch, wenn ich die deutsche Bundesliga betrachte und sage, wer spielt denn eigentlich am besten defensiv, wer verhält sich gegen den Ball am besten, dann tauchen da bei ihm einfach Spieler von Union Berlin auf. Und jetzt ist er nicht mehr verantwortlich, aber das zeigt trotzdem, dass der ehemalige Nationaltrainer eben sicherlich auch diesen Blick dafür hat, zu sagen, da sind durchaus Spieler, die können uns in gewissen Situationen helfen. Und das finde ich erst mal beachtlich. Und ich sage mal, spricht auch für die Jungs bei uns, die ihren Job doch machen. Und wenn Sie, Hansi Flick, eine Empfehlung aussprechen würden, wie würde diese dann lauten, wen soll er mitnehmen? Wissen Sie, das nochmal, ich glaube, die Defensivspieler, wir nehmen immer Leute, die wahrscheinlich eben auch immer so ein bisschen unterm Radar halt gelaufen sind oder unterm Radar letzten Endes geflogen sind in den letzten Jahren. Ich sage mal, Anike Dierer spielt seit anderthalb Jahren hier auf einem konstant guten Niveau, für uns richtig guten Niveau und auch in der Bundesliga ja guten Niveau. Robin Knoche ist punktemäßig schon mal ein paar auf Wolfsburg, wenn er gespielt hat, immer sehr, sehr erfolgreich gewesen. Nicht filigran. Und da wird man immer sagen, da fehlt was. Ja, das ist vielleicht dann auch so. Aber man muss nicht immer das bewerten, was möglicherweise fehlt, sondern man muss immer bewerten, was ist. Und was man da sieht, ist etwas Solides, etwas, worauf ich mich verlassen kann. Und das kann in bestimmten Phasen sehr hilfreich sein. Apropos Rani Kedira, weil Sie selbst erwähnt haben, gestern hat ein spanisches Fußballportal gemeldet, dass der FC Barcelona ihn im Winter holen will. Was ist da dran? Hat Barcelona schon bei Ihnen angerufen? Leider deshalb noch nicht, weil es ist ja zwar eigentlich ein finanzschwacher, aber dann doch ein finanzschwacher Klub anscheinend. Und von daher würde ich mir natürlich mal sehr anhören oder sehr gerne mal anhören, was denn der FC Barcelona vom 1. FC Union Berlin wollen würde. Von daher wäre mal spannend. Dann wären wir, glaube ich, in eine ganz neue Kategorie vorgestoßen, wo uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren. Also leider klingt ja fast so, als würden Sie sich freuen, wenn die Spanier anrufen würden. Gibt es keinen Spieler bei Ihnen, der tabu ist für einen Verkauf, wenn die Summe stimmt? Nee, es macht ja auch keinen Sinn. Weil am Ende entscheiden die Spieler. Wissen Sie, ich sage das, es ist am Ende eine Entscheidung, die man natürlich gemeinsam trifft. Und wir haben nicht die Notwendigkeit, das zu tun. Und wir wollen auch eine gute Mannschaft auf dem Platz haben. Aber, und da stimme ich mit Urs Fischer übrigens absolut überein, wenn ein Spieler für sich im Kopf hat, was anderes machen zu wollen und das auch mit Macht machen zu wollen, dann wird er sehr wahrscheinlich nicht mehr bei uns derselbe Spieler sein, wie er jetzt ist. Wir brauchen hungrige Spieler, Spieler, die das hier absolut leben und wollen. Und Rani ist übrigens einer, der das jedes Mal wieder neu zeigt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das so ist. Aber wenn es so wäre, würden wir uns auch damit beschäftigen. Interessant. Einen anderen Spieler haben Sie abgegeben. Und da wunderten sich viele und dachten, oh, jetzt geht es mit Union bergab. Das war Max Kruse, ist nach Wolfsburg gegangen. Union ist weiter nach oben marschiert. Und Max Kruse ist inzwischen weg vom Fenster, suspendiert quasi. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie noch ein bisschen Geld für ihn gekriegt haben und dass Sie das Problem Kruse damals so losgeworden sind? Wir hatten kein Problem Kruse. Also das muss man, glaube ich, mal ganz klar betonen. Es gab bei uns ja kein Problem Kruse. Im Gegenteil. Max Kruse hat mit uns und unter anderem auch durch sein Tor in die Conference League geschossen und geköpft. Er hat sich super integriert. Wir waren mit ihm erfolgreich. Und als Max weg waren wir die ersten vier, fünf Wochen, ich glaube, gar keinen Punkt geholt. Also es war erst mal schwierig, ohne ihn sich neu zu justieren. Und von daher, ich kann über Max und das werde ich auch nie tun. Also ein negatives Wort verlieren. Und ich habe schon gesagt, ich respektiere die Entscheidung, die der VfL Wolfsburg trifft, weil das kann ich gar nicht. Das ist deren Sache. Und das müssen George-Sportlich-Verantwortliche tun. Ich bin froh, dass Max hier war. Und dass wir am Ende, dann ein halbes Jahr vor Karriereende, beziehungsweise nicht Karriereende, sondern Vertragsende von Max, dann nochmal die Möglichkeit hatten, weil er das wollte, für ihn auch noch eine Ablöse zu kassieren, weil er zum VfL Wolfsburg gegangen ist, war für uns sicherlich nicht der schlechteste. Definitiv. Herr Runert, Sie haben schon das Phänomen Alte Försterei angesprochen. Sie könnten ja aber eigentlich für jedes Spiel doppelt so viele Tickets wahrscheinlich verkaufen. Gibt es denn Pläne oder Gedanken, das Stadion auszubauen, zu erweitern oder gar ein neues zu bauen? Ja, Sie haben völlig recht. Es ist verrückt, wie viele Anfragen alleine für das Spiel heute und das Spiel gegen Borussia Dortmund. Also da ist es nicht nur die doppelte Zuschauerzahl, die du verkaufen könntest, sogar wahrscheinlich nochmal mehr. Es ist in der Tat halt sehr begrenzt und das ist sehr, sehr schade, weil viel mehr Menschen natürlich gerade auch jetzt in der momentanen Situation, Europa League, DFB-Pokal, Meisterschaft, Union sehen wollen. Und deswegen, es gibt die Pläne, es ist alles in der Schublade. Man ist auch dabei, Baurecht zu erwirken und die Alte Försterei soll in den nächsten Jahren anwachsen auf 38.000 Zuschauerkapazität. Und die Pläne sind sehr weit fortgeschritten. Und ich glaube, so wie man diesen Klub in den letzten Jahren erlebt hat, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, ist die Umsetzung eigentlich auch immer erfolgt. Aber immer mit dem gleichen Standort da in Köpenick? Ja, ich glaube, der ist hier nicht verhandelbar. Also wenn man unseren Präsidenten kennt, wenn man hier die Menschen kennt, die hier handeln, die würden alles tun, aber ich glaube, nie die alte Försterei aufgeben. Und das ist einfach eine zu große Bindung, A, zum Standort und B, auch zu Köpenick und zu den Menschen hier. Also das wird nicht funktionieren. Ich glaube, mit einem derzeit handelnden und auch in Zukunft handelnden Präsidium und so weiter wird es Union Berlin nur an diesem Ort geben. Herr Runert, Sie sind politisch aktiv, sitzen in fünf Gremien, Sie sind außerdem Amateurschiedsrichter und Sie haben ja auch noch einen Job bei Union. Wie viele Stunden hat Ihr Tag denn eigentlich? Auch noch, ist gut die Formulierung, stimmt. Jetzt muss ich es sagen, da muss ich mich auch mal wieder drum herum kümmern, so zur Abwechslung. Nein, also es ist, glaube ich, so, dass man, das andere ist Hobby. Und ich sage mal, so wie Sie Ihr Hobby betreiben und wahrscheinlich die jetzt ein oder andere dann halt zeitlich dafür aufwenden, so ist es bei mir auch. Und natürlich ist es auch im Hobby so, dass bestimmte Dinge verantwortungsvoll zu handeln sind, unter anderem das politische Amt und Mandat. Von daher ganz eindeutig brauchst du gute Leute und deswegen funktioniert es auch ganz gut. Was mir allerdings im Moment fehlt durch die ganzen Spiele. Und das kann ich Ihnen sagen, sind meine Sonntage, Sonntagnachmittags, auch mal bei den Amateurspiegeln mich zu bewegen und um Platz zu stehen, um mal wieder runter zu kommen, weil im Moment ist das Level immer nur am Anschlag, weil wir Sonntag, Donnerstag, Sonntag, Mittwoch und wieder spielen. Und von daher ist mein Sonntag im Moment nicht so, wie ich mir wünsche. Aber der Sonntagmorgen hoffentlich, wenn Sie dann bei uns zu Gast in der Sendung sind. Alles gut. Alles gut. Sie sind Fraktionschef der Linken im Iserloder Stadtrat. Die Linke und der kapitalistische Sport Fußball, wie passt das zusammen? Ist Ihnen die Frage schon häufiger begegnet? Und wie kriegen Sie das in Ihrem Kopf so hin? Nein, es ist in den ganzen Jahren das erste Mal, dass ich das jemand fragte. Also es ist interessant. Nein, es ist wirklich so, dass natürlich absolut, Sie haben vollkommen recht, das ist so. Und man kann auch immer wieder betonen, ich meine, das ist wichtig. Ich bin seit 2009 im Iserloder Stadtrat Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender. Und ich kann Ihnen auch sagen, bevor ich halt im Endeffekt Bundesligamanager geworden bin, und ich habe schon gesagt, auch bevor ich zu Schalke gekommen bin, als Direktor der Knappenspieler oder was dann auch fungiert habe, du suchst dir bestimmte Dinge in deinem Leben nicht aus und die änderst du auch nicht, nur weil du in einer beruflichen Schiene irgendwelche Sprünge machst. Und ich finde es auch, und das war immer schon so, ich finde es sehr, sehr wesentlich und wichtig, welche Inhalte ich vertrete und wofür ich stehe. Und ich glaube, mit den Inhalten und Werten, für die ich stehe, kann sich jeder verbinden. Und ich bin niemand, der, glaube ich, mit irgendwelchen Spinnereien durch die Gegend läuft, sondern der immer versucht, sehr realistisch und sehr real Politik zu machen und auch im Leben unterwegs zu sein. Und deswegen kann sich, glaube ich, auch jeder damit ganz gut identifizieren. Unter anderem auch in Iserlohn übrigens, wo ich herkomme, wo ich da aktiv bin, und wir immerhin dort den höchsten Stimmenanteil überhaupt der Hengs-Fraktion in ganz Nordrhein-Westfalen mal geholt haben. Ja, könnten Sie auch noch das Amt des Bürgermeisters anstreben in Iserlohn. Bundeskanzler wollte ich zwar sagen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Haben Sie schon mal versucht, Sarah Wagenknecht in die Försterei zu holen? Nein, ich kenne Sarah Wagenknecht übrigens auch. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob Sie schon mal in der alten Försterei waren. Aber glauben Sie mir, viele Politiker, und das ist nicht nur von der Linkspartei, freuen sich auch mal in der alten Försterei zu sein, sich das Erlebnis mitzunehmen und versuchen, dort zu sein. Und es sind politisch, glaube ich, da keine Grenzen. Und ich habe auch mit Paul Simiak, dem ehemaligen Bundesgeschäftsführer der CDU, der auch aus Iserlohn kommt, wir haben auch schon hier über all diese Dinge schon x-mal diskutiert, besprochen. Und da gibt es keinen Grund, jetzt auf Sarah Wagenknecht und die Linke zu gehen, die hier hin muss. Das kann genauso halt im Endeffekt Franziska Giffey sein oder wer auch immer. Die sind alle willkommen. Na gut, das war sehr diplomatisch. Kommen wir mal einmal zu Ihrer Vergangenheit. Sie sind ja eigentlich ein Schalke-Gewächs. Sie waren bis 2017 Chef der Knappenschmiede. Sind Sané und Draxler zum Beispiel, fühlen Sie, dass es Ihre Gewächse sind? Haben Sie Anteil an deren Karriere? Ja, das glaube ich schon. Also nochmal, als erstes immer derjenige, der diese Jungs am Ende ausgebildet hat und durchgebracht hat und dafür auch immer wieder federführend steht, das muss man ganz klar betonen, ist Norbert Elgert als A-Jugendtrainer und die Trainer vorher. Aber Norbert Elgert als letzter Veredler, das ist halt, muss man sagen, einmalig in Europa. Und dieser Mensch hat sicherlich dafür gesorgt, dass die Karrieren von vielen Spielern, unter anderem gerade beiden genannten, diese Wendung bekommen haben. Joel Matip und ich könnte ganz viele aufzählen. Aber natürlich Julian Draxler, ich weiß noch, wie ich mit ihm hochgegangen bin zu Felix Magab damals und ihm mitgeteilt habe, du wärst jetzt Profi und spielst dort gegen, ich glaube, Nürnberg war es damals. Und natürlich haben wir diese Gespräche geführt und ich war da auch sicherlich erledigt und genauso auch bei Leroy mit vielen diversen Gesprächen. Und ich mag die Jungs, ich glaube, die Jungs werden auch nichts Negatives andersrum erzählen, obwohl es manchmal harte Gespräche gab. Aber ja, natürlich ist da eine Beteiligung bei. Herr Ruhner, kurz und knapp, Rufenschröder hat ja bei Schalke auch aus persönlichen, privaten Gründen hingeworfen. Wäre das für Sie als Ex-Schalker in Zukunft ein Job? Ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, dass Sie maximal zehn Jahre Manager in der Bundesliga sein wollen. Das heißt, die Uhr tickt ja. Ich habe gesagt, ich werde keine zehn Jahre da sein, von daher werden sie jetzt noch weniger geworden. Also von daher nein. Also Schalke, wir hatten diese Thematik schon mal und es gab sicherlich auch schon mal die Möglichkeit. Und ich mag diesen Verein, ich werde über diesen Verein bis zu meinem Lebensende Mitglied bleiben, weil irgendwo ist da ein Schalker Herz, genauso wie jetzt ein Unionherz da ist. Und ich liebe diese Vereine und ich liebe die Menschen dort und es ist auch nicht weit von mir zu Hause. Aber am Ende ist jetzt, glaube ich, auch die Zeit oder nicht die Zeit, irgendwo das zu besprechen und auch das zu, ja, irgendwo anzustreben, weil ich hier mich wirklich sehr, sehr wohl fühle, weil es keine Notwendigkeit derzeit gibt. Herr Wundert, der schwierige Teil ist vorbei. Jetzt dürfen Sie nur noch mit Stimmt oder Stoß antworten. Jetzt kommt unser Spielchen. These Nummer eins, Oliver Wundert hätte einen Investor wie Windhorst und seine 374 Millionen für Union abgelehnt. Stimmt oder Stoß? Stimmt. Stimmt oder Stoß? Planen Sie schon heimlich die Meisterfeier in Köpenick? Ich darf auch Vollstoß sagen, hat man mir gesagt. Ja, gerne. Schauen Sie mal, wir haben es schon animiert. Stimmen Sie auch, aber es sieht gut aus. Sie und Meisterschale. Abwechslungsreich endlich mal. Schönes Bild möchte ich zugeschickt bekommen, bitte mal, weil man soll ja auch Träume sich irgendwo mal hinhängen. Muss man manifestieren. Sie bekommen es aber trotzdem Stoß, oder? Vollstoß. Genau. Besten Dank, Oliver Runert, Unionserfolgsmanager bei uns, zu Gast in der Sendung. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Köpenick. Ihnen auch, vielen Dank und schönen Sonntag zusammen. Ebenso, danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020